Musik Der Fotorealismus wird auch Hyperrealismus genannt. Heute stellen wir ihn zwei Vertreter dieser Kunstform vor, Zhou Yorui und Chen Zhao Hong. Wie der Name Fotorealismus verrät, machen die Künstler zuerst ein Foto. Dieses projizieren sie daraufhin auf ihre Leinwand, bevor sie es extrem detailliert nachzeichnen. Dadurch wirkt das Bild noch realistischer als die Realität. Diese Kunstform ist in der modernen Kunstbewegung in den 70er Jahren in New York entstanden. Die Werke dieser Künstler sind nicht nur detaillierter und realistischer als die Realität. Am Anfang malten sie vor allem Motive aus der Welt der Großstadt. Großstadtarchitektur, Glasscheiben, Schaufenster, Autos, Schilder, sie bildeten alles ab, was komplizierte, vielschächtige Lichtreflexionen bot. Zuerst stellen wir die Künstlerin Zhou Yorui vor. Sie ist eine sehr aktive Künstlerin, die in den beiden Jahren nach ihrem Abschluss des Kunststudiums an der Taiwan Normal University in Taipei die Werke ihrer Bananenserie ausstellte. Damit zeigte sie zum ersten Mal ihren Hyperrealismus der Öffentlichkeit. Zhou malte extrem vergrößerte, detailreiche Bananen und die Reihe wurde später zu einem wichtigen Bestandteil der Kunstwelt. Mitte der 70er Jahre ging sie für einige Zeit nach New York und arbeitete dort unter anderem mit einigen wichtigen Namen der lokalen Kunstszene zusammen. Der Hyperrealismus ihrer Kunst zeigte sich neben der Bananenserie auch in einer späteren Serie mit dem Titel Wand. Zhou entdeckte für sich die verwinkelten, zerfeuchten Mauern der Großstadtarchitektur und begann sie in Vergrößerung zu malen. Im Museum der schönen Künste in Taipei sind einige Werke dieser Serie gelagert und bei der Betrachtung dieser detailreichen, von den Spuren der Zeit gezeichneten Wände können wir die Stimmung der Malerin beim Arbeitsprozess erahnen. Nun stellen wir noch Chen Zhaohong vor. Er kommt aus Ilan und hatte ursprünglich in den 60er Jahren Ingenieurswesen studiert, aber es war stets sein großer Traum gewesen, Maler zu werden. Deswegen ging Chen 1968 für ein Leben als Künstler nach New York, wo er inzwischen für die Meisel Gallery malt. Sehen wir uns seine Werke einmal an. Die meisten sind mit der Farbsprühpistole gemalt. Am liebsten malt Chen Strands Zähnen, die Menschen dort und die herumliegenden Objekte. Mit einer Mischung aus Paintbrush und Zeichenstift malt er seine Objekte, besonders die weiche Haut von Frauen, die feinen Härchen darauf und die Schweißperlen. All das malt er mit größter Sorgfalt mit seiner Farbsprühpistole. Betrachten wir dieses Werk namens Strand 23 aus dem Jahr 1974 einmal genauer. Dann sehen wir, dass es genau wie ein Foto aussieht, aber in Wirklichkeit hat er es eben mit der Sprühpistole gemalt. In Nahansicht malt er ein Mädchen im Badeanzug. Etwas weiter weg steht eine junge Frau mit einem Badespielzeug. Dazwischen ist der Sandstrand mit feinstem weißen Sand abgebildet. Alles ist minutiös detailreich gemalt. Man kann das Gefühl der Personen am Strand richtig spüren. Man kann sagen, dass Chen Zhaohongs Fotorealismus wirklich sehr besonders und individuell ist. Man kann das Gefühl haben, dass ein Foto aussieht. Mann rolling und wah cave. Nicht die Menschen amely смотрt. «Tschmer Richen heyer kreide 1000 Euro,